Was ist die Lohnfertigung? Wir zeigen Ihnen unseren Bereich der Lohnfertigung. Wir haben eine sehr moderne Fabrik, die vollklimatisiert ist. Wir betreiben 50 moderne CNC-Maschinen, Drehfräsen, Hochleistungsfräsen mit Roboterbeladung, teilweise automatisierte Anlagen. Also wir können Teile für Sie produzieren, die wir erstens mal kostengünstig herstellen und zum Zweiten in sehr hoher Qualität und am Ende mit einem Prüfzeugnis aus unseren Supermessräumen. Hier sehen Sie die aktuelle Architektur unserer Fabrik. Ganz wichtig ist die Klimatisierung. Wir haben dieses Gebäude vollklimatisiert auf 21 Grad Celsius und dieses Gebäude, die Halle 1 sehen wir nachher, ist inzwischen auch temperiert auf elegante 24 Grad, wo wir Drehfrästeile herstellen. Und das Ganze hier ist eine, wir nennen es die klimaneutrale Fabrik. Darüber gibt es ein extra Video auf unserem YouTube-Kanal. Ich lade Sie ein, sich das anzuschauen. Das ist recht ausführlich, warum unsere Fabrik klimaneutral ist. Mit unserem sehr modernen Maschinenpark fertigen wir Werkzeughalter oder auch Spindelkomponenten im Mix. Kommt drauf an, welche Größe und auf welcher Maschine. Von solchen Maschinen haben wir insgesamt 15 Anlagen und versuchen eigentlich immer die Komplettfertigung zu machen. Also drehen, fräsen, in einer Aufspannung. Und am besten mit dem, dass der Klick ist. Der Klick ist ganz schön. Der Klick ist ganz schön. Der Klick ist ganz schön. Der Klick ist hier. Hier sehen wir unsere hochmoderne Fräsanlage, eine CNC-Fräsmaschine von Hermle mit einer Roboterzelle, wo wir Paletten und Werkstücke laden. Übrigens Nullpunktspannsysteme, Paletten und Spannstöcke sind unsere neuen Produktprogramme. Und hier in dem Schrank sehen wir diese hochgenauen Werkzeughalter aus unserem Programm, die wir auf dieser Maschine einsetzen. Und damit, mit dem Einsatz der hochgenauen Werkzeuge, kann man um 35 Prozent besser fräsen. Man bekommt bessere Werkstücke, die Qualitäten, bessere Oberflächen, bessere Standzeiten der Werkzeuge. Musik 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 So, jetzt gehen wir in die vollklimatisierte Halle durch die Schleuse der Klimatisierung. Wir betreiben eine ganze Reihe hochgenauer Schleifmaschinen. Fast alle kommen aus der Schweiz. Einmal Kellenberger, WUMA fürs Innenschleifen. Insgesamt sicher auch 15 Maschinen. Und unsere Werke hier, die haben fast alle bei uns ihre Ausbildung gemacht. Die wissen ganz genau, was sie tun und wie sie Präzision herstellen. Ganz nach unserem Slogan, Leidenschaft für Präzision. Musik Musik Hier befinden wir uns in unserem Messraum Güte Klasse 2. Also in diesem Raum hier herrscht eine konstante Temperatur von plus minus 0,2 Grad pro Meter. Und damit kann man dann hochgenaue Teile vermessen. Diese Maschine oder beide Messmaschinen haben eine Messgenauigkeit von 0,6 µ und dazu braucht man diese hochgenaue Temperaturumgebung. Hier wird gerade ein Spindelgehäuse gemessen und dann nach der Messung haben wir natürlich ein Dokument und ein Messprotokoll dafür. Musik Wir befinden uns hier in unserem vollautomatischen Hochregallager. Hier sind alle Fertigprodukte eingelagert. Auch Teile für die Montagen, auch Elektronikteile, die wir zukaufen für die Schrumpfgeräte zum Beispiel. Es sind insgesamt 3080 Behälter hier drin. Und hier ist das vollkommen moderne Logistik. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020